Ist doch scheißegal, was du kochst. Das Programm baut sich auf. Wer Präsident ist. Aber ein Moment Geduld. Oder wo gerade Krieg ist. Du bist winzig klein. Und das Universum ist unendlich groß. Du bist ein beschissener Punkt. Ihr seid alle beschissene kleine Punkte. Wenn es in Afghanistan geschneit hat. Gleich suchst du dir einen Avatar aus. So eine Stille hab ich noch nie gehört. Schnee in den Berg. Alle Avatare haben die gleichen Fähigkeiten. In Florida ist es flach und holt und heiß. Eine gute Wahl. Unangebracht. Und was würdest du tun, wenn es schneit? Ich würde... Nee, ich würde rennen. Die Schmerztherapie ist auf dem Stand von 1945. Du kannst also weiter Morphium nehmen. Oder das hier versuchen. Auf diesem scheiß Planeten musst du positiv bringen. So fühlst du dich frei. Du kannst dich bewegen wie früher. Dr горre. Du kannst dich bewegen wie früher. Untertitel. בה alignment.